ja und dann würde ich fast ja ist gut ja machen wir das so ist gut okay machen wir so aufnahme wo du hast du das auch was habe ich ich höre publikum ja hallo sehr gut ja hey gute idee sehr gut ciao was denn da hast du notizen gemacht oder guck mal hier du hast ja eine wahnsinnig tolle handschrift urli in farbe was steht hier drauf dußmann flux fm was ist da los genau dußmann und wir von flux fm wir machen jeden dritten donnerstag ja unser podcast ja das zuckere stück ja live im keller von dußmann und das wichtigste vor publikum ich habe doch gesagt ich höre publikum urli hörst du es jetzt auch jetzt könnte ich sagen